Hallo ihr Lieben, ich bin hier in Suhl bei einem TV-Auftritt mit Kira und den Kids und ein paar Musiker. Wir haben hier heute einen Auftritt bei Schlager des Jahres, das ist eine Silbereisen-Show. Aber ich melde mich, weil ich möchte mich ganz, ganz, ganz herzlich bedanken. Wir haben gerade erfahren, dass wir mit The Kelly Family, We Got Love live at Lorelei, sind wir auf Platz 1 der deutschen Albumcharts. Und das ist unfassbar, das ist echt, das ist echt wirklich krass, weil wir sind Ende November, das ist die stärkste Zeit. Die meisten CDs werden verkauft, Grönemeyer, Mark Forster und so viele andere Großen. Und wir dürfen mit unserer Live-CD von der Lorelei, dürfen wir auf 1 steigen. Das ist der Wahnsinn. Vielen, vielen lieben Dank an alle, die in der ersten Woche gekauft haben, bestellt haben. Und auch nochmal ein großes Dankeschön an alle, die mitgemacht haben bei der Hashtag KellyBuzz-Aktion. Ich habe von all den Fotos wahrscheinlich nur die Hälfte gesehen, aber ich habe mich amüsiert sehr und viele tolle Sachen gesehen. Und ja, vielen, vielen großen Danke und wir haben letztes Jahr Platz 1 gehabt, dieses Jahr Platz 1. Was will man mehr? Danke euch und euch einen sehr schönen Abend. Und wer möchte, 20.15 Uhr bin ich mit meiner Frau, meinen Kids, wir singen zwei Songs bei Schlager des Jahres mit Florian Silbereisen und auf MDR, NDR, WDR, ich glaube irgendwie alle Drittsender. Und ich bin nicht alleine, Mighty ist auch da, Mighty wird auch auftreten, also doppelt den Grund einzuschalten. Alles Gute euch, schönen Abend und vielen, vielen Dank. Ihr seid die Besten. Tschüss.